Ladies and Gentlemen, it's time for Grizzly TV. Ich nehme wieder meine ARK 47 GL. Die Map ist jetzt eigentlich gar nicht so schlecht. Kommt immer ganz auf die Gegner an. HABOR NUN heißt die Map. Verzeihung. Natürlich wieder eine weitere Runde. Team Deathmatch wollte ich sagen. Ey, was willst du denn hier? Bist du gestorben? Och Göttelchen. Ich spiele die Map allerdings auch nicht so oft. Aber ich weiß, dass ich hier nicht allzu viel unterwegs bin auf der Map. Man blockt doch nicht immer Junge. Da ist schon einer. Da kommt einer. Die ARK macht böse Aue. So, ich hoffe, dass wir mal eine positive Runde spielen. Ich habe ja vorhin auf Outskill eine Runde gespielt. Aber leider Gottes habe ich nur die Aufnahme aufgenommen. Die Aufnahme aufgenommen. Jo. Das macht natürlich Sinn. Dieser Satz. Leider habe ich nur in Outer City die Aufnahme gemacht. Sonst nirgendwo. Komm, strech dein Köpfchen raus. Äh. Äh. Und die Runde lief gut. Das war eine Map, die ich mag. Und ich habe nicht aufgenommen. Habe das Programm nicht gestartet. Ist das nicht nett? Und deine Blendgranate hat dir jetzt was gebracht. Außer, dass du stirbst. Mal schauen wir mal. Vielleicht wird die Runde auch nochmal ganz gut. Komm, zeig dein Mützchen. Zeig es. Komm. Komm. Okay, dann nicht Spielverderber. So kann es gehen. Auch der Gegner kommt mal von hinten. Mal lieber von hinten, weil von vorne gibt es kein Kindergeld. Ich hasse Camping. Ich kann das auch gar nicht. Wenn ich mal irgendwo zwei Minuten sitzen muss, dann fühle ich mich unwohl. Was ist denn jetzt? Wieso springt denn das Ding jetzt auf den Desktop? Was soll das denn? Sehr schön. Vielen Dank, PC. Ich weiß nicht, warum du, Vogel, das gemacht hast. Aber jetzt bin ich gestorben wegen dir. Wo ist denn der jetzt hingerannt? Da. Da. Hier sind schon zwei Leute zugang. Oh, die brauchen wohl Hilfe. Oder auch nicht. Schauen wir mal hier. Sehr nett. Haben wir einen Assist mehr. Gar nicht so wild. Machen wir gleich weiter. Ich weiß, man konnte hier auch mal irgendwo draußen rumlaufen. Oder war das die andere Map? Bin mir da gerade voll nicht sicher. Aber ich glaube, das war die andere Map. Ja. Da gab es dann noch so einen Weg nach draußen. Schauen wir mal. So. Schiebe holten, Brudi. Ach, Mann. Kommt schon, Leute. Bewegt euch doch ein bisschen. Seid mal ein bisschen sportlich. Zeid mal ein bisschen Kampfgeist hier. Nicht mal bloß in den Ecken sitzen. Wäre ich Spielehersteller. Ich glaube, jeder Camper würde automatisch von mir eine Windel umkriegen. Nächste Runde nehme ich mal meine M4. Okay. Wir sind schon wieder bei 100 und ein Kicks. Die Runde dürfte gleich wieder vorbei sein. Und. Ja. Schade. Hätte ich meinen eigenen Raum aufgemacht, hätten wir ein paar mehr machen können. Und. Da rennt er mir vor der Nase rum, ey. Hätten wir ein paar mehr machen können. Und. Aber das dauert wirklich verdammt lange, bis da einer reinkommt. Und so viel Geduld habe ich dann leider nun auch wieder nicht. Deswegen machen wir das mit schnellen Maps. Ich denke, mir wird ja auch alles KS, ne? Okay. Darf ich jetzt auch mal ein Ende schießen? Bitte. Danke. Komm zurück. Komm zurück. Okay, dann erschießt er mich. What the fuck. Das ist halt auch ein Map, die ich nicht allzu viel spiele. Komm schon. Ah. Ach was. Was hast du? 600 HP oder was? Ich hab dich meine verpiste Nate mit, ey. Ich glaub's nicht. Ich glaub's nicht. Es ist immer der gleiche. Ich versteh's nicht. Bin ich heute zu doof? Wahrscheinlich. Da ist keiner. Ah. Ich bin heute echt zu blöd. Irgendwie. Ich weiß auch nicht. Aber ich spiel die mir heute auch nicht so oft. Aber ich will's jetzt auch nicht nur darauf schieben. Ja. Durch die Kiste. Ich weiß. Durch die kann man durchschießen. Und da ist die Runde auch schon zu Ende. Jetzt schauen wir mal, wie ich gespielt hab. Ich hoffe nicht allzu schlecht, aber ich glaube ich bin schlecht. 6,13. Okay. Kann man verkraften. Gerade so vielleicht. Ich weiß nicht. Mal schauen. Wenn ich nicht schlafen kann, lass ich's euch wissen. Also. Lasst doch ein Abo, ein Like oder ein Kommentar da, wenn's euch gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei Chrisley TV. Bis dahin. Haut rein.